Hey! Deine Leute sind mit dem Anmarsch. Afghanische Nationalarmee. So, zehn von ihnen sind gerade reingefahren. Zwei Transporter. Du stellst dir back meine Fragen, Kumpel, ja? So funktioniert das hier, meine ich. Lass dir das gleich mal anstellen, ja? Sagst du bloß, Enkel, was zum Teufel du hier machst? Aua! 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 Habt ihr's gesehen? Weißt du nämlich was? Ich hab nachgedacht. Scheiß auf deine Mama, ja? Scheiß auf sie! Ist mir doch jetzt egal. Wir allen! Ihr ganzen Verdammten! Sehen Sie doch! Sehen Sie, sein Brustkorb! Hier! Hebt und senkt sich! Sehen Sie's? Okay, Gary. Ich lasse Sie davon kommen, wenn Sie die Waffe hinlegen.